Mit dem neuen A6 haut Audi auf den Putz. Mit einem A6 fährt man den wohl elegantesten Kombi in der oberen Mittelklasse. Dass Kombis bei Audi seit Jahrzehnten Avant genannt werden, ist bekannt. Doch neu ist, dass man beim neuen Audi A6 die Grenze der Spießbürgerlichkeit übersprungen hat. Schärfer, dynamischer und besser sah noch kein A6 Avant aus. Und das bereits Basis ausgestattet. Bei rund 58.000 Euro geht's mit dem kleinen Dieselmotor los. Die 50 TDI genannte Top-Motorisierung kommt ab 65.500 Euro. Unser Testwagen kostet dann doch ein wenig mehr. Atemberaubende 123.800 Euro stehen hier am Preisschild. Dieser Preis ist gesalzen, doch er kommt nicht von ungefähr. Das Ankreuzen aller Posten bei der Optionsliste ist der Hauptschuldige. Dafür bekommt man jedoch das Prädikat voll ausgestattet. Auch wenn am Heck 50 TDI steht, unter der Haube sitzt ein 3 Liter Diesel, 6 Zylinder mit 286 PS. Er stemmt 620 Newtonmeter Drehmoment an beide Achsen. Mittels einer achtstufigen S-Tronic und Quattro Allradantrieb schiebt man den A6 Avant in flotten 5,7 Sekunden auf Tempo 100, Topspeed 250 kmh. Doch um beeindruckende Leistungswerte geht es beim A6 Avant nur zweitrangig. Denn man wird auch mit dem kleineren Vierzylinder und 204 PS glücklich sein. Besonders im urbanen Bereich macht die Motorisierung im A6 absolut keinen Unterschied. Doch spätestens auf der Autobahn drückt das große Aggregat schon um einiges ernsthafter an. Man bewegt den fast fünf Meter langen Audi mit einer unglaublichen Souveränität. Und jetzt kommen die Extras zum Vorschein. Die 21 Zoll Felgen sorgen für einen guten Stand. Das HD Matrix LED Licht geht dir mit synthetischen Kurvenlicht zur Hand. Die Luftfederung senkt den Wagen um den Luftwiderstand zu verringern. Man blickt auf das Audi Virtual Cockpit das mit drei Displays alle relevanten Infos an den Fahrer kommuniziert. Dabei wird man von einem Bang & Olufsen Soundsystem Bescheid und von den Individual-Kontursitzen am rechten Fleck gehalten. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn die Assistenzsysteme sieht man nicht. Doch man kann darauf vertrauen, dass sie vollzählig vorhanden sind. Beinahe ganz nebenbei kommen noch die kleinen Liebesgaben, wie zum Beispiel das Soft Close der Türen oder die deppensichere Bedienung des A6 Avant. Doch am Ende bleibt nur die Frage, muss ein A6 Avant 123.800 Euro kosten, um Spaß zu machen? Die Antwort ist dabei denkbar einfach, natürlich nicht. Denn der Audi A6 Avant stellt in jeder Motorversion und in jeder Ausstattung alles bereit, um mit ihm möglichst lange glücklich zu sein.